einen schönen guten tag zusammen und schön dass ihr eingeschaltet habt zu mad games tycoon wir werden heute unser personal weiter verteilen und dann quasi einen nachfolger programmieren für unser jump and run so die jungs können sich alle schon mal platzieren da wurde wieder eine engine von uns verkauft das ist auch sehr gut ich lasse die karte hier den schlips als weiter langsam erforschen und wenn der hier durch ist mit seinem sound effekt lernt buchtraining werde ich den oder wenn ich ihn nehme ich weiß es gerade eigentlich komme ich nehme den donnie der donnie kommt hier vorne mit rein und dann ist erledigt da geht noch eine kleine auftragsarbeit die geht immer die da und dann ist ja auch fertig jetzt verdammt ja da habe ich habe ich vielleicht gepennt hätte ich darauf achten müssen dann hätten wir jetzt schon guten halb gehabt so haben war wenn ich das eher gesehen hätte schon wichtig das charakter sein eigentlich sondern dann hätte ich wirklich gesagt dass wir schon mal den auftrag einstellen für das promenium des spiels und dann hätte ich den hype mitgenommen haben naja kann es halt nichts machen ist müssen mittel gut der kann eigentlich noch nicht genügend programmieren aber ich selbst jetzt hier mit rein das heißt der david hier weiter lernen er lernte jetzt noch grafik und wird danach doch in programmierung einmal ein bisschen gepusht so ein mittlerer kurs und dann geht er hier quasi den donnie ablösen der dann auch noch mal mittleren kurs in programmierung und einen kleinen grafik und sound müssen wir mal gucken kriegt gut hier oben ist charakter design ist gleich fertig wenn ihr mal aufhören würde zu zocken könnte ich auch was machen so nachfolger entwickeln ihr lieben wir werden jetzt ein nachfolger entwickeln und zwar hiervon da ist noch ein kleiner hype drauf da machen wir mal little runner 2 draus ich habe es damals entwickelt für teenager mit ninjas und fantasy sampel run geschicklichkeit für die wo ist die engine da ist die engine jump and run engine und ich wähle hier eine lizenz ich wähle hier die wir nehmen die lizenz seine sind die weg oder ich gucke mal ganz kurz nach lizenzen erwerben so jetzt brauchen wir keine lizenzen mehr ist haben wir genügend and movie auch jetzt habe ich das unbedannte ich würde allerdings lieben gerne ein anderes genre wählen aus welchen gründen auch immer ich das möchte weiß ich noch nicht wir gucken mal wir gucken mal was wir haben es muss ja nicht bei ninjas bleiben oder oder lassen wir es bei ninjas und fantasie ja wir lassen das bei ninjas und fantasie das passt so pc und mac wie viel marktanteil hat der mac eigentlich fällt mir gerade mal auf so kann ich nicht und ich kann defgit erwerben die playstation hier könnte man sich ein verleiben die kam raus 2013 jetzt haben wir 2018 ich glaube nicht hier 15er die beam machine veröffentlicht 2016 fusion so die gängigen die bleiben würde ich persönlich sagen ich glaube nicht dass sie noch eine game station 5 rauskommt glaube ich einfach nicht das was wir kaufen uns hier das defgit für die fusion f1000 und nehmen sie auch so dann haben wir vielleicht eine neue konsole weil sie nicht bitte zeigen gucken ob sich rentiert das ist der aktuelle kopierschutz ich würde aber ganz gerne gucken ob wir noch eine werden können ja alles klar das ist der aktuellste kopierschutz ich glaube auch nicht dass ich dieser kopierschutz noch benutzen wird das passt so wir brauchen einmal little runner konzept bitte einstellen kopieren gucken das hat er als zwei behalten das passt soweit ich gucke lieber noch mal nach ihr kennt das ja ne man weiß nie am ende hat das dann doch irgendwie gemacht und so also wie gesagt hier für jump and run einfach alles mittig haben einmal mehr atmosphäre einmal mehr einsteiger freundlich und schon hat man einen jump and run es ist so kurz einfach einzustellen es kann eigentlich jeder behalten weil ich den start gemäß immer auf der mitte das sollte laufen und hier alles auf 25 prozent lassen das also für den jump and run brauchst du echt keine große mühe so ihr lieben wir werden alles mit rein nehmen 34 von 35 features haben wir drin aha nicht abgelöst sehr gut sehr gut vielleicht kommt da noch eine ein feature vielleicht wir werden sehen und dann dürfte ich vielleicht auch eine perfekte engine haben müssen wir gucken so und zwar nichts wachsen schon wieder denselben fehler wie beim letzten mal gameplay verbessern einmal bitte alles grafik verbessern einmal bitte alles sound verbessern einmal bitte alles und animation verbessern einmal bitte alles ich würde jetzt gerne mal eben eine spielerei machen weil ich es einfach nur wissen möchte und wenn es mir zu teuer wird würde ich mal ganz kurz ein spiel laden aber ich möchte mal wissen ob das wirklich funktioniert deshalb speichern wir mal ganz kurz das spiel dann gehe ich hin mache einen neuen raum wo brauchen wir ja fortschritte im bereich machen wir sound oder machen wir wir machen nun mal ein soundstudio so ich setze hier einfach mal ein soundstudio hin so das geht dann noch vom preislichen her sound zu verbessern wird bereits ausgeführt machte also nicht das geht also nicht in der hinsicht weil irgendeiner hatte mal gesagt man könnte sich ein zweites soundstudio machen und könnte dann da doppelt aufwerten so das waren jetzt keine großen kosten dafür lade ich nicht extra ähm das bleibt es so aber es geht ja anscheinend nicht also man kann sich kein zweites soundstudio hinstellen weil ähm oder sagen wir mal so ich wüsste jetzt zumindest nicht wie ich es doppelt aufwerten soll weil ich müsste es ja hier einstellen muss hier aktivieren und muss da einstellen und da aktivieren und ich habe den sound jetzt den ähm na wie heißt es denn das spiel jetzt nicht weiter laufen lassen der zeit also hatte auch keine hat er nichts getriggert dass der da schon angefangen hat also müsste es eigentlich aber es ist wohl rausgepatcht worden das ist sehr gut finde ich persönlich weil ähm man muss es nicht haben dass man über so kleine wege sich dann hier zum beispiel den sound auf 30.000 hochschraubt und dann ja das braucht man nicht das braucht man nicht so ich mache jetzt schon eine marketing kampagne und zwar einmal eine radio kampagne dass der hype hier wieder über 50 geht und dann lasse ich ihn was aber erst wieder bei ach komm ich spreche heute nicht mehr dann lass uns wieder gut sein so gut dann fangen wir mal an zu programmieren ich bin gespannt und die fans sind immer noch glücklich obwohl ich da schon einen rausgezogen habe zum programmieren natürlich musste ich der kollege jetzt irgendwie was holen das war ja sowas von klar und da haben wir schon die ersten fertig so wir haben einen hype von 58 den würde ich persönlich erstmal so lassen glaube ich das heißt das kommt wieder da rein und wir kriegen immer noch wieder ein bisschen knete zwischenzeitlich und ich gucke mir das personal nochmal an was wir hier haben und stelle fest hey scheiß personal nichts brauchbares bei der wäre noch am brauchbarsten was die büroarbeit angeht aber ich glaube ich habe hier eh keinen platz mehr nein da kann ich nichts mehr reinsetzen dann hat sich das thema auch erledigt wie gesagt ein zwei spiele noch die möchte ich auf jeden fall noch machen ich nehme jetzt meine Summe vielleicht so 200 Millionen so in den Dreh nur weiter ist das doof in das kleinere zu gehen ne also ganz ehrlich so schnell wie wir jetzt hier hochgepusht sind da können wir doch eigentlich auch noch warten oder wir haben jetzt ein drittel wir haben jetzt ein drittel wenn wir bis 500 Millionen hochgehen 500 Millionen das dürfte nicht so lange dauern wenn wir ein paar gute Spiele machen ein paar gute Nachfolger machen dann müsste das gehen wenn die sich gut verkaufen dann gehen wir bis 500 Millionen hoch dann ziehen wir direkt das gigantische Bürogebäude dann muss ich aber gucken dass ich halt die Aufträge immer laufen habe dass ich hier die Nebenkosten ein bisschen abdecken kann und dann bauen wir uns da drin auf dann brauche ich nicht den Umzug in das riesige Bürogebäude machen weil guck mal wir haben jetzt schon 163 Millionen vorher würde ich nochmal hier in das gigantische Bürogebäude A ziehen dann haben wir nochmal das Vierfache von dem was wir jetzt haben also ich denke mal hier man erkennt es eindeutig an der Form die haben hier zwei riesige Bürogebäude genommen und nebeneinander gesetzt so so als Bürogebäude ja komm das das wir gucken uns an wie die Spiele werden die Nachfolgespiele werden und dann dann entscheiden wir uns nochmal kann man immer noch kurzfristig machen mit dem Umzug weil ähm 123 Millionen habe ich jetzt ich meine ich werde noch ein paar Aufträge zwischenzeitlich abarbeiten da wird es auch wieder Geld geben und ja toll warte Technik weißt du Technik ist immer sowieso eng Videogameboom die Computerbranche muss ja in den nächsten Monaten werden sich alle Spiele deutlich besser verkaufen ja schön dass das jetzt kommt die Säcke ich brauche noch mindestens Monate bis das Ding fertig ist das ist doch nicht wahr jetzt ne hätte das nicht in drei Monaten kommen müssen können achso Gameplay Verbesserung ok der Kollege hier ist jetzt fertig wie sieht es denn hier aus ähm Crashkurs in Programmierung Mittel habe ich gesagt brauchst du noch so und dann löst du quasi den Kollegen der da drin ist ab erst mal die Kati programmiert hier gleich noch im Chipsatz die ist auch gleich fertig schon ganz gut so das war der Chipsatz das waren die drei Millionen für den Chipsatz den wir jetzt hier gemacht haben keine neue Forschung Konsolenforschung immer noch 17 12 Millionen 13,5 Millionen 10 Millionen hier fehlt noch eine glaube ich bin mir grad nicht sicher nur mal 10 Millionen Konsolenforschung ist teuer ja Konsolenforschung ist sehr teuer jetzt überlege ich ob ich die Kati mal eben mit hier reinsetze und dann sage hier die Entwicklung unterstützen weil eigentlich ist sie ja auch Jump'n'Run Dame ne hier kann halt nur nicht so gut aber sie kann und damit kann sie halt natürlich auch noch ein bisschen aufleveln machen wir auch und halt ich kriege das Spiel schnell fertig das ist ja auch nicht schlecht ja ne langsam kommt's ich bin gespannt was das jetzt wird ich hoffe ja insgeheim immer noch auf so ein 100% Spiel das ich immer irgendwie per Zufall trigger und ähm ich glaube aber nicht also ich glaube ganz ehrlich so ein 100% Spiel da musst du schon alle Features drin haben die reingehören und die nicht rein passen musst du raus haben wobei wenn du Features rausnimmst ne dann ist ja auch wieder weniger an Werten hier also ich glaube schon dass du alle drin haben musst du dir machen kannst Geheime was macht der denn hier was auch immer neue Forschung doch die Game Station 5 kommt auch raus ernsthaft? der denn hier gedacht gibt's was war das ne 14 Millionen Jump'n'Run Engine wurde wieder lizenziert das klingt so sehr gut und wir halten uns ne merkt ihr? wir halten uns da bei den 126.000 irgendwie irgendwie schaffen was durch die Nebeneinnahmen uns da wirklich gut zu halten das ist gut ok jetzt bist du in der Programmierung besser als er hier das heißt du mein Lieber kommst da raus ich schmeiß mal den da rein und du kommst da hin und dann kriegst du hier einen Trainingskurs im Programmieren Mittel war jetzt doof ne? ich hätte den groß nehmen sollen nein egal egal nix halt im mittleren und er macht hier danach auch noch einen Trainingskurs im Bereich Grafik im Mittleren und im Bereich Sound Monate Monate das waren noch nicht mal Monate das waren ein paar Wochen waren das wo sich das besser verkauft 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 das Spiel gut im Motion Capturing sind wir im Bereich ähm im letzten Bereich wir kriegen jetzt 80 82.000 Fans sag ich aha fast ne gut geschätzt oder? ja knapp 82.000 Fans dazu damit sind wir fast bei einer Million eine äh äh Convention noch und die haben die Millionen voll gut Motion Capturing oh sehr schön Taktivieren Motion Capturing wird jetzt auch gemacht aha aha neue Forschung ist das vielleicht ist das vielleicht die letzte Forschung die wir benötigen? hm also ich wollte das hier unten nicht abbrechen ne? logischerweise ich werde die Karte gleich wieder runter setzen wenn sie mit ihr sagt wo drin ist beziehungsweise wenn hier irgendwas fertig ist werde ich das da rüber setzen da müssen wir nicht drüber reden so ich habe ein 71er Hype ich könnte auf 75 kommen mit Radiowerbung ich müsste also eine TV Werbung machen um einen größeren Hype zu bekommen hoffe allerdings noch drauf dass es so lange noch dauert weil wir sind jetzt bei 64% dass wir nochmal eine Convention machen können und im schlimmsten Fall mache ich dann immer nochmal danach irgendwann ein ähm ein TV-Sport oh hier sind wir fertig Jo Gameplay ist verbessert hab ich gar nicht mitgekriegt dass es fertig war dann entfernen wir hier die Bugs 2200 Bugs haben wir schon drin 2200 Bugs haben wir schon drin und noch eine Engine verkauft super freut mich immer sehr wenn wir da verkaufte Engines haben gut das ist fertig achtziger ne Grafik oder Musik was war das jetzt Grafik war das so den kriegst du auch noch kostet mich zwar mehr aber dann sind sie wirklich überall einsetzbar und wenn ich dann später größere Räume habe dann kann ich die auch von A nach B mal eben umherziehen ist dann besser 69er Hype habe ich noch ich glaube ich muss eine TV-Kampagne gleich starten ja noch ein halbes Jahr Zeit bis zur nächsten Convention ja ich glaube wir werden eher fertig und dann möchte ich nicht mit dem 69er Hype da stehen dann möchte ich gerne etwas größeren haben Bankenkrise Zinsen 200% ja gut dass wir keine Zinsen mehr aufnehmen müssen ich will mal kurz interessieren 20 Millionen können wir aufnehmen an Krediten 20 Millionen so wie siehts denn hier aus oh wir sind das noch außerglichen aber wir sind ja noch gut dabei Konsole ja Konsole nein nein die Fusion F die habe ich doch gerade erst gekauft die war doch aktuell ihr seht mich gerade nicht begeistert ihr seht mich gerade nicht begeistert okay hier sind wir fertig und hier sind wir auch fertig liebe Kati ich bedanke mich für dabei Personal hier sind wir auch fertig ich bin gerade mal ein bisschen stiller ich überlege gerade was ich hier mache ob das so sinnvoll ist was ich hier tue ja das ist sinnvoll was ich hier mache ich mache folgendes ich nehme hier zum Personal nehme ich mal den besten raus das ist er glaube ich hier ne oder ist ja das ich nehme ihn hier ich nehme Jerry Soul nehme ich so da mit rein so dann haben wir da voll bestückt wieder er lernt wieder und hier hier könnten wir eine Themenforschung angehen 3 Millionen ist die günstigste die wir noch haben die machen wir mal eben da nebenbei mit gut die Bugs werden entfernt die Jungs sind auch noch beschäftigt dann kommt einer davon noch da drüben rein dann haben wir einen über hier unten schmeiße ich jetzt die Auftragsarbeiten an dass wir dadurch wieder ein bisschen Knete kriegen tja im übrigen ist die Bankenkrise neu reingekommen das ist eine neue ein neues Zufallsereignis was kommt aus dem letzten Update aber wie gesagt das ist ja jetzt für uns erst mal uninteressant so da kriegt ihr noch einen kleinen Soundcoaster pass komm mach mal direkt die mittleren so Auftragsarbeiten schaffen wir das? ja in 8 Wochen schaffen wir das so ihr lieben aber ich sehe schon wieder wenn man so programmiert und da zwei oder drei Sachen so zwischendurch macht und dann hier noch da und hier und dort noch dann ist die Zeit so schnell um ich bin jetzt schon wieder bei 25 Minuten Mann ey das gibt's doch nicht ja ich verabschiede mich für heute wieder wir sehen uns dann morgen wieder wenn es euch gefallen hat schaltet dann morgen wieder ein und Kommentare sind gerne gesehen wir sind gespannt sag ich immer mal so wie das Spiel sich entwickelt und das werden wir denke ich mal morgen sehen wenn es fertiggestellt wird drücken wir heute schon die Daumen dass es vielleicht ein 100% Spiel wird ich hoffe es aber ich bezweifle es aber vielleicht haben wir ja das Glück also macht's gut bis morgen dann haut rein und tschüss